Wer könnte das sein? Trimax Tanzi? Wer? Das ist Trimax Könnte Tanzi sein Das ist Trimax Ich erkenne Trimax Juicy Ass Diese Mykonos Geschichte? Dann wäre es halt Max, ne? Ich habe auch kurz an Max gedacht Es könnte auch Micky sein Ich hatte einen anderen, anderen Körper Trimax? Trimax ist doch schlanker, oder? Nein Oh ja! So ein geiler Körper! Oh, ich hatte eine Dauererektion auf Mykonos wegen dir, Max! Scheinbar nicht Was ist das für ein sexistisches Format? Er rate dem Streamer an seinem Bauch? Ich versuche Anni the Duck Eriso Cancell it! Echt mal in keinen reinzufahren Jetzt, Mann Okay, bis auf den, bis auf den In keinen reinzufahren, bis auf den Und bis auf den I believe in Miracles Knossi beim Zumba Mann, mit deinem scheiß Zumba Mit deinem Rotz Ich würde so gerne einen Boxkampf sehen Jens gegen seine Zigarettensucht Egal welche, also welche Option Äh, 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 also ist ja deine Sache Okay Danke dafür Ich würde den Clip jetzt einfach muten, weil da kommt eh nichts Sinnvolles bei rum Achtung, okay, und weiter Wie ein Profi Wie ein Profi Du siehst aus wie wenn meine Mom fährt, was soll das denn jetzt heißen? Mein Gott, Antonia fährt so weird Auto, ich sag's euch wie es ist, Mann Auf Madeira, es ist einfach, äh, Digga, ich dachte, ich dachte, ey, also wirklich mit diesem Fiat Panda, ups, ich bin dagegen gefahren, ups, ich bin dagegen gefahren Fucking Pepega-Driving, Alter Für deine Mom auch in der Formel Ich mag es, weil es wirklich so leicht zu benutzen Also mit meinem Stream Deck kann ich euch auch was zeigen, spiele ich lustige Töne, die meine Community feiert, wie zum Beispiel das hier Du kleiner Husschensohn, du kleiner Husschensohn, ich schwöre es dir auf Gott Was ist das? Stets, Name ist Programm Hört doch auf, Mann, hier Wir können immer noch wetten, es ist nichts geleakt und es sind nicht Monte und Memo Ich hatte ja gar nicht vor, das eigentlich schon zu sagen, es wurde ja aus Versehen geleakt, aber der Partner noch nicht Nee, der Partner ist noch nicht bekannt, äh, und es wird nicht Memo sein Jetzt dürfen wir keinen Fahrfehler machen Okay, krass Ja, ja, sorry, 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 mate Actually, noch ein überholt Ahahaha Oh Das sind die Palmen aus Plastik Ja Ein Meer aus Benzin Ohne Sand aber macht nicht Ich hab Sand in meinem Arschritz Drehenrunden auf dem Roller Wird ein bisschen kalt, wenn es Nacht ist Romatra und seine komischen Tics Terminabstimmung Morgen Was haben wir gesagt, Romatra? 15 Uhr Nein, hä? Ich kann vorher nicht Iiiiicht Was machst du für Geräusche? Das war die Waffe Was? Ihr fühlt sich hier alleine Fußball zu gucken Okay Und die ganze Zeit Ihr gehört keinen Ton Ich darf euch ja nicht mal den Ton zeigen Das fühle ich einfach nicht Okay Nee, man darf auch keinen Ton zeigen Okay Wichtig ist, ähm, wenn man was nicht fühlt, dann ähm, fühlt man's nicht, sag ich Wenn man das nicht fühlt, dann sind die Gefühle nicht, dann fehlt's Ich dachte immer, er singt To Be Batman und ich dachte, es wäre über der Triebe ein geiles Song Es geht auch um Batman zu sein, aber im Endeffekt geht es auch um der böse Mann zu sein Versteht ihr, dass Batman und Batman, also Böser Mann und Fledermaus Mann Dass das ein, das klingt gleich, das klingt einfach same, same, but different Wisst ihr, was ich meine? Batman und Batman Das heißt, man kann der Fledermaus Mann sein, aber auch der böse Mann Und jetzt ist die Frage, ähm, könnte man auch der Fledermaus Mann in böse sein? Ist man dann der Bad-Bad-Man? Denkt mal drüber nach, ihr dummen Wichser Bruder, also wirklich, wer jetzt hier draw und ist einfach ein Loser Alles klar, der Loser Wieso sind da eigentlich manche Mauern bei dir noch nicht hochgepayt? Weil das 8000 Euro kostet Das ist keine Antwort auf eine Frage Okay Ich lad kurz auf, jetzt hast du es beschworen Okay, und jetzt geht's los 14 Euro für 16 Euro Welchen Mauern hast du insgesamt? 273 Mauern auf 14 und musst dann noch alle auf 15 machen Chillig, Digga, chilliges Spiel, Mann 18 Euro weg Alter, ich mach einfach auch eine App, wo man einfach nur grafische Gegenstände aufleveln kann 18 Euro weg Was ist, wenn der Bad-Bad-Man in seinen Bett pisst? Dann ist man der Bad-Bad-Nest in der Bad-Bad-Man Würde dich 9.280 Euro kosten, alle Mauern jetzt abzugrainen Ja Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit Was ist das? Corona-Test? Halt beschäftigt Alter, die sind ja alle verdruggt Das ist ja... Was ist das denn für eine Junkie-Stadt? Jetzt Wie kann man vor allen Dingen mit einem Blasetest THC und Amphetamin feststellen? Jetzt darf ich dich durchsuchen Jaaah Kilian Ohohohoho Yeah Und ich schütte rein Ja, das geht ja alles daneben Ach Quatsch Ah, das ist Case King Das dir auf die Hand kommt, ne, dann zählt dir der Daumen Mensch Ich mach's, komm Soll ich auch mal den Trick versuchen? Wie hast du das gemacht? Ach Jens Bis wieviel Gramm ist Eigenbedarf bis 80, oder? Auf die Rolex Bei mir brennt die ganze Klinge brennt Ich brauche dich nicht eine Zeit lang Ich brauche dich für immer Halt's Maul! Halt's Maul! Knossi, danke für deinen Sub Danke schön dafür Vielen Dank für deinen Sub Kilian, alles in Ordnung Ich mach's jetzt, von links alz off, alz off Hey Guys Kevin! Jo! Chillig, chillig, chillig Enfoto Wie kann man so schlecht in Spielen sein, dass immer irgendetwas passiert, was eigentlich gar nicht möglich ist? Digga, Kevin ist so bad, dass die Games einfach rumbacken. Wie kann man so bad in Spielen sein? Holy shit, das ist sein Job und du bist giga-trash da drin. Das macht überhaupt keinen Sinn. In welcher Welt macht das Sinn? Ich denke, ich mache Jokes, aber das ist halt Real Talk. Ich weiß, wie man das Spiel durchspielt. Hello, Tricks wie in den alten Zeiten. Oh, überall wieder Gegner, Mann, die schießen wieder wie ein Pilz aus dem Boden. Oh, da wurde wieder der Streamer gejagt. Ihr seid solche deutschen S***. Ich bin's, Tim. Nein, warum mache ich das? Die Lass aus, die St***. Für ein S*** wird sich leben, weil vier steht für Lassdrein. Macht doch ruhig, Bruder. Nee, Alter, nee, Digga. Das ist drauf, wirklich raus. Unerträglich, unerträglich, Digga. Unerträglich, Schmutz. Schmutz. Das ist ja erlaubt, ne? Das wäre ja sonst nicht auf Twitch, ne? Ist ja ganz klar. Das ist doch nicht, wer ist denn das? Alter, mein Vater hat einfach einen eigenen Stream. Willkommen in meiner Game Show. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Ich bin die Weißer, ich bin die Weißer. Ah! Fünf Meter mit einem Song! Hilfe! Okay, nee, wer hier heißt der? Komm, es ist ihr Gast. Schöne Hautsausflüge in der Welt. Ist so, oder? Jonas, Strand, Interessen. Da ist mir auch wieder zu wenig Information, lieber Jonas. Da ist, wenn ich eine Frau wäre, wenn ich eine Frau wäre. Ja, die hat einen richtig geilen Schwanz. Ich bin die Frau, ich werde. Привет Absolutely. Ich bin schöne auf! Konne auf! So, was du ist, ich bin? Kurk! Ich bin nicht weggezogen. Ich bin nicht weggezogen. Ich bin nicht weggezogen. Sind wir die Wohnekerze? Die ganze Strecke im Gegenverkehr, ohne einen Unfall zu bauen. Auch nötig. Einfach Digga! Ja! Was soll ich euch sagen? Frauen am Steuer, ungeheuer. Hm, ah, ah! Oh, die sind so süß, die beiden Also, die sind ja so süß Also, wenn die nicht mal langsam ficken Wenn die nicht mal langsam ficken, dann zwinge ich die dazu Dass die langsam, die sollen langsam mal ficken Fickt doch endlich, Mann Könnt ihr euch, könnt ihr einfach euch mal gegenseitig endlich ficken, ihr zwei? Oha Schönes Knie, nee, das ist weird, das ist weird Cooler PC Cooler PC Oh, Sascha, Mann, so wird das nichts Guck mal, Stream von hier gestern war auch cool So Dann ist einfach Level Up eine sehr gute Alternative gegenüber Gaming Booster Was? Ist Level Up nicht ein Gaming Booster? Ach, los, Digga Dann wird tendenziell verlängert Ich muss nur noch gucken, ob wir es machen mit einer Minute pro Sub oder mit 60 Sekunden pro Sub Das ist noch die Frage So, und an der Stelle würde ich wirklich Antonia auch gerne mal einen Dropkick ins Gesicht geben Anonym mit 5000 gegifteten Subs, Digga, danke dir Sehr, sehr korrekt 5000 gegiftete Subs Bro, Kuss, dankeschön, ey, du hast gerade 25.000 für meinen Stream ausgegeben, wirklich Kuss, Digga, dankeschön Dankeschön, Mann, danke Das bedeutet mir nichts Ich hoffe, dass der DJ Dass der DJ irgendwann Den 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 Clip irgendwann einfach mal spielt Ich finde das Aber Das ist Also Das ist